Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Ja, ich agiere immer intuitiv, wie ihr wisst, wo ich Lust drauf habe, tu was du willst, das Motto. Ich habe gerade die Idee, weil ich immer wieder mit Leuten rede und wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht Begrifflichkeiten übernehmen, die eigentlich von Public Relations Agentur erfunden worden sind, von den, ich sage mal, wahren Verschwörern, von den wahren Verbrechern, weil die Sprache hat eine extreme Macht, das ist der Grund, warum wir die Sprache kastrieren, über Gender die Wurzeln quasi uns wegschneiden, weil die Wurzeln, die Sprache, speziell die deutsche Sprache, ist extrem genau exakt der ganze Wortstamm und man will natürlich alles rausreißen. Das heißt, da muss man drauf achten, ich habe das schon seit Jahren beschrieben, ich werde auch gleich zitieren aus meinem Buch im Zeichen der Wahrheit, war damals ein Bestseller im Jahre 2017 und da geht es beispielsweise um Begrifflichkeiten und die haben ja schon lange damit angefangen, ist ja nichts Neues, ich sage mal, humanitäre Intervention. Also wir müssen eine humanitäre Intervention machen, klingt ja nett, in Wirklichkeit ist das ein Angriffskrieg. Und wir werden dann unsere Friedenstruppen, werden wir dorthin senden, in Wirklichkeit sind das Kriegstruppen, die ganz durch Zufall Menschen umbringen. Und dann machen sie natürlich alles für Demokratie und Freiheit. Für die Demokratie und Freiheit, um die zu verteidigen, müssen wir eine humanitäre Intervention vornehmen und dann unsere Friedenstruppen in den Irak schicken. Wo denn durch Zufall Kollateralschäden, auch ein entstandenes Wort, und zwar ist das entstanden, auch im Rahmen des Irakskriegs, und zwar des 1. von 91, gab es vorher gar nicht diese Wörter, wo denn bei diesen Kollateralschäden, also im Irak-Krieg 2003 sind ca. eine Million Menschen umgekommen, das sind dann Kollateralschäden. Aber da gibt es natürlich Aufständische, auch ein Kunstbegriff, der erschaffen worden ist im Zuge des Irak-Kriegs, die Aufständischen haben das und das gemacht. In Wirklichkeit sind das Menschen, die einfach nur ihr Land verteidigen. Also, es kommen fremde Invasionen, die Kinder, Frauen umbringen, die Brandschatzen und die Erdölvorkommen übernehmen. Und die müssen sich ja wehren dagegen, ist doch normal. Sind aber Aufständische. Aber, da machen sie natürlich einen Präventivschlag, auch ein künstlicher Begriff, der erschaffen worden ist, im Zuge des 1. Weltkriegs. Interessant ist dabei, wie gesagt, ich mache das schon zu lange, das ganze Theater, deswegen kenne ich es aus dem Stegelf, aus meinem Archiv. Es gab mal eine Doku, die wurde überall rausgenommen, das wahre Gesicht des Golfkriegs, war ein absoluter Hammer. Da hat ein amerikanischer Journalist Videoaufnahmen gemacht, die werdet ihr, glaube ich, nirgends von mir finden, die sind überall raus. Das ist aber legendär, da wurde Napalm eingesetzt. Offiziell wurde natürlich nicht eingesetzt, ist ja klar. Wie ein irakischer Soldat aus dem Panzer damals rausgekommen, also er ist rausgekrochen und du hast richtig gesehen, wie Gel, also sein gesamtes Gesicht, die Haut ist runtergelaufen und das sah eigentlich aus wie ein Zombie in diesem Panzer. Das ist ja nur ein Fall von vielen. Das will man natürlich nicht mehr. Das kann ja nicht sein wie beim Vietnamkrieg. Die Bilder haben wir alle gesehen von den Kindern, die damals gelaufen sind, wo die Haut auch durch Napalm einfach mal abgefallen ist, sie schrien haben, tote Leichenberge und so weiter, von Amerikanern, die das verursacht haben. Das ist ja mittlerweile kein Thema. Mittlerweile ist es ja so, dass man mit einem amerikanischen Fahnen rennt und sagt, hey, die Amis, die bringen doch den Frieden. Das ist ja hochinteressant, weil die 68er-Bewegung, braucht ihr euch bloß befassen mit, er geht nicht wissen, Rudi Dutschke, Che Guevara war der große Held aus Kuba, Rudi Baal, auf allen Fahnen war der drauf, der damals sich hingestellt vor der UN und hat gesagt zu den USA, ich werde euch noch zwei, drei und mehr Vietnams bescheren. Also der Mann wurde ja dann später umgebracht, der war ja quasi eine Art Guerilla-Kämpfer. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass die USA der absolute Erzfeind war, der absolute Erzfeind der sogenannten Linken, ich denke, links und rechts, mittlerweile ist sie die allerbeste Freund, mit denen sie zusammen für Frieden und Liebe in der Welt, sage ich jetzt mal, Kriege führen. Aber wir wollen nicht zu viel werden. Ich will einfach nur sagen, wir müssen einfach aufpassen, auf die Manipulation, die Verblödung jeglicher Art, die hier abläuft. Und das hat, wie gesagt, mit dem ersten Irakkrieg begonnen. Dann ging es über Kosovo weiter. Napalm wurde eingesetzt, Uranmunition wurde eingesetzt, die Leute wurden verstreitelt, völlig egal. So Landminen wurden eingesetzt und so weiter. Und man redet aber immer von diesem chirurgischen Krieg. Und das ist der Grund, warum ich mich schon verabschiedet habe vor langer, langer, langer Zeit, vor dieser Manipulationsverblödung, weil es ist so simpel, so einfach. Wie gesagt, da werden Public Relation Agenturen beauftragt, wie damals, ihr könnt alle jetzt googeln, seid bekannt, erster Welt, erster Irakkrieg, die letztendlich eine Art Umfrage gemacht haben, was man, also wann die amerikanische Bevölkerung dazu steht, dass dort sie eingreifen in den Krieg. Und da ging es um die Brutkastenlüge, einfach bitte mal googeln, Brutkastenlüge. Da wurde damals, das ist alles offiziell mittlerweile, weil der Grund für den Krieg redet keiner mehr drüber, hat nie stattgefunden die Lüge, die damals erzählt worden ist, von der Tochter des Botschafters von Kuwait. Und so geht er die ganze Zeit immer weiter. Irak, zweiter Irakkrieg, Colin Powell hat gesagt, Giftgas, chemische Waffen, hat Saddam Hussein, hat er nie gehabt, hat er gelogen, ist auch alles offiziell mittlerweile zugänglich, völlig egal. Jetzt sind wir schon mal drin in der Demokratisierung, zur Information. Dieses Land ist nicht nur einfach zerritten, das Bürgerkrieg, der da gerade abläuft im Irak, auf schlimmste Art und Weise, war man in Mesopotamien eine riesengroße Hochkultur. Darum geht es mit der sogenannten Demokratisierung, die komplette Zerstörung aller wahren großen Kulturen, alle gegeneinander aufzusetzen. Das ist die satanistische Agenda. Ich sage nur, Klima und so weiter sind einfach nur Nebenprodukte davon. So, zurück jetzt zu Deutschland. Da hat die Verblödung, ich sage mal so ab 2015 massiv zugenommen. Da wurden künstliche Begriffe erfunden. Reisbürger. Es gibt keine Organisation bis zum heutigen Tag, die sich Reisbürger e.V. nennt. Oder wir sind, weiß ich nicht, die Reisbürgerverein so und so. Gibt es gar nicht. Das gibt es einfach gar nicht. Aber wurde einfach erschaffen. Einfach mal so. Weil ich muss mit Etikettierungen heran, um Leute zu diffamieren. Verschwörungsmythen-Erzähler, Märchen-Erzähler kam erst in den letzten paar Jahren. Das Wort Schwobler, da musste ich am meisten drüber lachen. Und das ist das Problem, dass viele in unserer Szene die Wörter auch noch verwenden. Damit geben wir der Sache auch Aufmerksamkeit. Wie kann ich deiner Sache Aufmerksamkeit geben von so einem Leitspieltruppen, von so einem Witzfiguren und alle plappern das nur nach, wie irgendwelche Papageien. Aber wir sind doch keine Papageien. Deswegen ist das Grundvoraussetzung, was wir immer so erkennen, erwachen, verändern, das zu erkennen. Aber irgendwann muss ich mal loslassen. Da muss ich schon mal erwachen. Und zwar erwachen aus der Matrix, in der wir uns befinden, was ich gestern in meiner Nachricht gesagt habe. Und da muss ich aber auch mal mit der Veränderung beginnen. Und es passiert gar nichts. Und die Veränderung ist das allererste. Wer weniger fern sieht, sieht mehr durch. Komplette Abstinenz. Cold turkey. Kalter Entzug. Raus aus all diesen ganzen Sachen. Mit sich befassen. Selbsterkenntnis. Selbstliebe und so weiter. Und ich zitiere zum Schluss, habe ich euch gerade am Anfang versprochen, aus meinem Buch. Zeichen der Wahrheit. Da heißt ein Kapitel. Was bedeutet eigentlich der Begriff rechts? Nur ganz kurz. Da sind wir reingegangen in alte Wörterbücher. Und zwar hatten wir damals so ein Büro. War aus dem Jahre 1980. Da steht eindeutig drin. Und da sagt man mal rechts. Das ist ja das Schlimmste, was das gibt. Da gibt es einen Wortstamm. Hat den gleichen Ursprung wie rechtschaffend. Rechtschreibung. Zu rechten Gottes sitzen. Der rechte Weg. Rechtes Handeln. Aufrechtes Gehen. Und als Buddhist, der sich damit auskennt, wisst ihr ja, der edle achtfache Pfad, von dem man redet. Und da sagt man, acht Punkte, ist klar. Rechtes Verständnis. Rechtes Denken. Rechte Rede. Rechte Handlung. Rechter Lebenserwerb. Rechte Anstrengung. Rechte Achtsamkeit. Rechte Konstellation. Also keiner sagt linke Rede, linkes Handeln. Und deswegen sage ich, wir leben in der kompletten Orwellschen Welt. Also völlig verdreht. Wenn du in die alten Wörterbücher reingehst und den Begriff, also wir reden nicht von Wörterbüchern von 33 bis 45, wo ja ohnehin in der Schulbildung zu 90 Prozent alles festgemacht wird. Darüber reden wir nicht. Links. Und da links stand drin, hat die gleiche Bedeutung wie täuschen, betrügen, hintergehen, übervorteilen, hinterlässt dich falsch. Und das finde ich schon spannend. Wenn da eine Partei existiert, die heißt nur noch die Linke. Also die Täuscher, die Hinterlistien und so weiter. Bin aber kein Freund, muss ich nochmal dazu sagen, von links und rechts diese Teilung, weil das, von was ich immer rede und was auch die Botschaft ist, die ist viel größer, weil das ist nur zwei Teile einer polaren Welt zwischen Mann, Frau, hell, dunkel, gut, böse. Im Endeffekt, durch diese Teilung entsteht Konflikt. Ich wollte einfach nur kurz erläutern, war heute meine Intention, euch zu erklären, dass so eine große Manipulation da draußen abläuft, dass die meisten es nicht merken. Deswegen sage ich oftmals ja auch, es ist so unglaublich, was hier abläuft, dass die meisten es nicht glauben können. Und das ist der Anfang. Viel wichtiger ist, dass wir in die Veränderung kommen. Alles Liebe, drücke euch, euer Heiko.